Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu diesem Video. Heute werde ich euch zeigen, wie ich mir diese bunten, hübschen Nägel gemacht habe. Nämlich mit einem ganz neuen System. Ich wollte heute unbedingt mal das Dipping Powder System ausprobieren und habe mir hier von Amazon dieses von Lucky Fine bestellt. Ich werde es euch unten in der Infobox verlinken. Mitgeliefert werden hier vier Flüssigkeiten, auf die gehe ich später noch ein. Und acht von diesen Color Dipping Powders. Im Set dabei ist noch dieser weiche Pinsel, dann gibt es noch zwei Pfeilen dazu und zwei Ersatzapplikatoren. Und zusätzlich gibt es dann auch noch diese Entfernerpads, aber die werden wir heute nicht benutzen. Bevor man startet, müssen die Hände natürlich sauber, desinfiziert und trocken sein. Dann nehme ich schon meinen Nagelhautschieber und schiebe ganz vorsichtig die durchsichtige Nagelhaut vom Nagel nach unten. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, denn somit vermeidet ihr Liftings, diese hässlichen Luftbläschen und somit halten eure Nägel dann auch viel, viel länger. Dann ein ganz optionaler Punkt und zwar mit dem Nagelfräser diese Haut wegzumachen. Man kann sie natürlich auch wegfeilen, aber mit dem Nagelfräser kann man sehr präzise an der Stelle nämlich arbeiten, ohne sich den Nagel zu verletzen. Dann muss man den Naturnagel leicht anbuffern. Hierfür habe ich mir gleich die Pfeile aus dem Set vom Dipping Powder Kit rausgenommen, weil diese Pfeile war eigentlich super, die hatte nämlich eine weiche Seite und eine etwas rauere Seite und mit der etwas weicheren Seite habe ich dann meine Nägel vorsichtig angeraut, also wirklich nur ganz vorsichtig. Dann kommen bei mir schon Nageltipps. Dieser Punkt ist ganz optional, weil man kann das Dipping Powder System auch auf dem Naturnagel verwenden. Ich wollte aber unbedingt lange Nägel, deswegen habe ich mir die richtige Größe für jeden passenden Nagel rausgesucht, habe dann den Tippkleber genommen, wie ihr seht. Ich liebe den von Fingers. Der ist nämlich mit einem Pinsel ausgestattet und man kann ihn super schön auftragen. Wenn ihr bisher noch nie Nageltipps geklebt habt, dann kann ich euch einen Tipp geben. Nehmt euch dafür ordentlich Zeit. Es braucht manchmal ein bisschen am Anfang Übung, um das richtig schwungvoll zu machen. Es ist einfach keine große Hexerei, aber man muss langsam und vorsichtig arbeiten. Den Tipp von unten nach oben ran drücken und wirklich lange gedrückt halten, sich dafür wirklich Zeit nehmen und nicht hetzen. Denn ein gut geklebter Tipp ist schon die halbe Miete, dass die Nägel wirklich sehr gut und lange halten werden. Natürlich können diese langen Krallen so nicht bleiben und müssen gekürzt werden. Dafür habe ich dann meinen Tippcutter. Mit dem kann man dann die Nägel auf die gewünschte Länge kürzen und spart sich das elendige Feilen ein bisschen. Und nach dem Kürzen müssen die Nägel noch in Form gefeilt werden. Ich feile meine Nägel am liebsten mit so einer bananenförmigen Feile, aber es gibt auch diese geraden und die kann man auch verwenden. Also das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Ich habe mich wieder für so leichte Stiletto-Nägel entschieden, deswegen habe ich mir die Nägel so nach unten hin ein bisschen schmäler gefeilt. Und was noch zusätzlich ganz, ganz wichtig, einen Tipp, muss man immer ein bisschen ebenmäßig feilen. Das heißt, man muss diesen Übergang, der ja so ein bisschen kantig ist am Anfang, ganz schön glatt feilen, so dass das Ganze nicht mehr sichtbar ist, so als wenn das vom Naturnagel rüber gehen würde. Hierfür muss man ganz vorsichtig feilen, weil man darf nämlich seinen Naturnagel nicht berühren. Man muss wirklich nur über den Tipp feilen. Ganz vorsichtig, bis ihr dann diese Form habt, dass wirklich das ausschaut, als würde der Tipp zu eurem eigenen Nagel dazu gehören. Und nachdem ich dann alle Tipps zurecht gefeilt habe, muss bei mir immer der Primer drauf. Der Primer kommt immer auf den Naturnagel drauf. Der ist einfach dafür da, um den Naturnagel ein bisschen zu entfetten. Somit halten die Nägel dann einfach länger, wenn ihr den Primer aufträgt. Und schon geht es los mit dem Dipping Powder System. Ich habe mir natürlich zuerst mal die Anleitung durchgelesen und das ist wirklich super einfach, wie auch beschrieben. Zuerst braucht man das Base Coat und das habe ich mal rausgeholt und mir dann die Farben rausgesucht, die ich auf meinen Nägeln tragen werde. Und wie ihr seht, ich habe sehr viele Farben ausgesucht. Erstens, um sie euch zu zeigen und zweitens war ich selbst auch sehr neugierig, wie die Farben aussehen. Und deswegen gibt es heute super knallige, bunte Nägel. Das Auftragen ist auch super einfach. Dafür braucht man als allererstes den Base Coat und den Base Coat tragt man auf. Die erste Schicht am besten fängt man nicht ganz oben an. Das heißt, man lässt so ein Viertel, ich habe hier leider ein bisschen weniger freigelassen, aber halb so wild. Das war auch mein erstes Mal. Und nachdem man das gemacht hat, nimmt man sich das Puder und fährt den Nagel langsam rein. Also man tunkt ihn quasi ins Puder hinein und klopft dann den Überschuss weg. Und wenn es so ein bisschen eingetrocknet ist, so ein paar Sekunden, dann kann man schon mit der Bürste das vorsichtig runterputzen. Und das habe ich dann bei allen Nägeln wiederholt und ich finde diese Methode ist einfach super praktisch und super einfach. Man erspart sich dieses Aushärten in der Lampe und es geht einfach richtig zügig voran. Also Base Coat drauf, Nagel dann in das Dipping Powder, bisschen abklopfen und mit dem Pinsel den Überschuss runterbürsten. Nachdem ich dann mit allen Fingern fertig war, mit der ersten Schicht, kommt dann die zweite Schicht. Hierfür kann man natürlich schon von weiter oben anfangen, das Base Coat aufzutragen und dann wiederholt sich das Ganze wieder. Wieder in das Dipping Powder eintunkeln und dann wieder abklopfen und wieder abpinseln. Also super einfach und ja, das wiederholt man so lange, bis man die gewünschte Farbe erreicht hat. Und wenn man sagt, ja man ist zufrieden, das schaut schon super aus, kann man sich schon den Aktivator zur Hand nehmen und den dann auftragen. Der ist super einfach zum Auftragen, da er so eher flüssig ist und sehr schnell trocknet. Den muss man dann circa 30 Sekunden austrocknen lassen und dann kann man schon mit dem Pfeilen beginnen. Dafür habe ich mir dann auch die mitgelieferte Pfeile aus dem Dipping Powder System rausgenommen. Aber leider fand ich die Pfeile nicht so wirklich gut und habe dann wieder zurück zu meiner Bananen Pfeile gewechselt, weil die einfach viel, viel besser gefeilt hat. Aber das Wichtigste ist ja jetzt mal das Pfeilen und ihr müsst die Nägel in Form pfeilen. Das heißt, alle Unebenheiten und Verformungen, sag ich mal, zurechtpfeilen. Und da muss man sich auch keine Sorgen machen, dass man irgendwie die Farbe abfeilt, weil man hat ja zwei oder sogar im besten Fall drei Schichten aufgetragen. Und dann könnt ihr euch einfach unbesorgt die Nägel zurechtformen und zurechtpfeilen. Und wenn man fertig mit dem Pfeilen ist, kommt dann wieder der Aktivator dran, der muss dann wieder aufgetragen werden. Und was ganz, ganz wichtig ist, bevor ihr dann zum nächsten Schritt rüber geht, den Aktivator bitte lieber zwei Minuten aushärten lassen. Weil jetzt kommt im nächsten Schritt, wie die Luisa euch schon so gezeigt hat, nämlich der Topcoat drauf. Und wenn man nämlich den Topcoat zu früh aufträgt, kann es sein, dass der Pinsel dadurch kaputt geht, weil der Pinsel dann auch härtet. Das ist irgendwie so eine chemische Reaktion und ja, irgendwie kann der Pinsel kaputt gehen dadurch. Das ist mir nämlich auch passiert und ja, ein bisschen länger warten beim Austrocknen lassen des Aktivators und dann halt in Ruhe den Topcoat auftragen. Und wie ihr seht, glänzen die Nägel schon wirklich super schön. Ich habe ja noch eine vierte Flüssigkeit mitgeliefert bekommen, das ist nämlich der Brush Saver. Und der Brush Saver ist in dem Sinne sehr, sehr wichtig, weil ihr eure Bürsten, die bei mir ja eine schon ausgehärtet ist, dadurch einfach länger am Leben haltet. Hierfür müsst ihr einfach jedes Fläschchen einmal aufschrauben und mit dem Bürstchen im Brush Saver rein tunken und dann so ein bisschen abputzen. Das macht ihr dann am besten mit allen, also mit dem Topcoat, mit dem Aktivator und mit dem Basecoat. Somit erhaltet ihr einfach dieses Bürstchen länger am Leben und das habe ich dann auch so gemacht. Und so sahen meine fertigen Nägel dann aus. Auch die zweite Hand, die habe ich dann auch ganz bunt gestaltet und auch ein bisschen mit diesem Glitterpuder, was dabei war und dunkelrot. Wirklich wunderschöne Farben sind da dabei. Und auch als ganz letzten Punkt, ganz optional ist hier das Nagelöl. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Leider war hier im Set keins dabei, aber ich habe mir einfach eins von Essence gekauft und habe das dann aufgetragen auf meine Nagelhaut, auf jeden einzelnen Finger. Und habe es dann noch mit den Fingern so ein bisschen einmassiert. Somit pflegt ihr nämlich eure verletzte Nagelhaut und versorgt sie mit der richtigen Pflege, die sie braucht. Und schon bin ich fertig mit meinen hübschen Nägeln. Was sagt ihr dazu? Wie gefallen euch die Farben? Und was sagt ihr zum Dipping Powder System? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.